Hallo! Heute gibt es mal wieder so ein bisschen follow me around mäßige Action. Wir sind jetzt gerade schon im Auto und es ist übertrieben neblig. Ich zeige euch das mal. Also wie ihr hier seht, sieht man nicht gar nichts. Das ist krass neblig. Und ich muss hier fahren. Aber den Fahrer darf man nicht filmen. Nee, der ist geheim. Weil der ist Kamerascheu, der Fahrer. Ich war noch nie auf YouTube. Das ist dieses komische Interwebs. So, wir sind jetzt hier im Studio. Simon, Taddel, Dene und Herr Bergmann nehmen so ne Let's Player Reihe auf hier. Und ja, ich chill hier einfach ein bisschen, weil ich bin ja sowieso bei Simon das Wochenende. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, was die so machen. Wollt ihr mir mal erzählen, wie der erste Dreh so war? Nee. Nee? Ich möchte nichts erzählen. Komm, komm. Erzähl es für die Kamera bitte. Nee, immer diese Papa. Filmst du? Machst du ein Video? Ich mach ein Video. Sag uns irgendeinen Fakt. Ein Fakt? Ja. Hülle haben keine Schließmuskel. Das heißt, wenn sie unter Wasser gehen, dann vertrinken die. Die vertrinken. Vertrinken ist kein deutsches Wort. Das hätt er einfach mal gemacht. Das war jetzt der Fakt von mir. Das war einfach der letzte Fakt von seinem 100 Fakten-Videos. Einfach falsch. Einfach falsch. Einfach falsch. Einfach falsch. Ey, ein geiles Ebo hier. Marie sitzliegt auf dem Bauch. Simon, kannst du mal bitte... Sitz! 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 Im Bauch! Sitz richtig? Maybe auf den Bauch! Hö 일단 entschvollen oder Sitze eingetroffen. Jetzt sitzt liegt! Jetzt noch ein bisschen twirken. Frhake. The finalist! Oh! neue Kamera! Und plötzlich endligt f bikin sie es. Nicht mich! Nicht mich! Immer wer ist hängig? Unglaublich! Wen ist direkt drüber... Entschuldigung... Ja Vince, such ich mal noch einen ab! Herr Bergmann, du denkst wo du kommst da jetzt davon, ne? Ja, der kann doch gestorben sein. Und dann direkt in den Tränen können wir wissen. Alter, saut! Weißt du, was das Problem war, dass wir keine Diamanten haben? Wir werden dir den Weg rechten, mein lieber! Ja, Alter, dann los! Hallo! 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 Nein, ich liebe dich! Ist gar nicht kaputt. Haben wir noch eine Hacke? Ne? Die geht gleich kaputt. Die sitzt auch! Oh, guck mal, da ist ja einer, ich darf mich nehmen, Taddel. Ja, aber wir brauchen mehr. Das ist ja, ich darf mich nehmen, das passiert ja auch nicht. Noch, noch, noch. Mir ist gerade aufgefallen, dass das vorhin Mirad überhaupt kein gescheites Ende hat oder so. Es hört einfach gestern auf, weil ich wollte eigentlich nur was drehen, aber wir waren fast so müde. Wir haben nämlich die Nacht vorher nur drei Stunden oder so geschlafen und jetzt haben wir übertrieben lang geschlafen. Und ja, der Tag war auch super, super anstrengend, aber auch toll. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir eigentlich eher nur so ein bisschen im Hintergrund zugeguckt, aber die anderen haben sehr viel gearbeitet und Sachen aufgenommen. Das seht ihr dann. Ich werde dir Sachen gleich verlinken in der Infobox oder so. Gucke ich jetzt mal, ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Aber ja, ich fahre heute auch wieder heim, habe dann bald wieder Uni. Was kann ich noch erzählen? Es waren einfach ein paar schöne Tage hier, es war anstrengend alles, immer nach Köln zu fahren und so, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!